Hi Leute, ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Kai Stüven von der Firma Stüven KF hier in Norderstedt. In meinem heutigen Video geht es um die Produktneuheiten von Pioneer. Es gibt ein neues AVH-Gerät und vier neue AVI-Geräte. Ganz wichtig, Pioneer bietet euch jetzt die Möglichkeit für eure Android-Telefone Android Auto zu nutzen. Wichtig zu wissen dabei ist, es gibt es noch nicht auf dem Markt, wird aber in den kommenden Tagen jetzt erscheinen. In England und Amerika und bei uns wird es im zweiten Quartal erscheinen. Man sagt, es kommt im April, aber da kann ich auch nichts Genaues zu sagen. Wichtig ist, die Geräte können schon lediglich euer Android-Telefon verbinden und die Updates, die dann gefahren werden, sobald ihr einmal Shake Hands gemacht habt mit den Geräten, die wird sich das Gerät, also euer Smartphone dann automatisch laden. Wie das Ganze in der Praxis funktioniert, möchte ich euch in kommenden Videos zeigen. Darum geht es nicht. Ihr müsst jetzt erstmal wissen, dass die 970er-Geräte nicht Android-autofähig sein werden, sondern nur die 70er und das 77er-Gerät. Unterschied bei den Geräten ist, das 77er ist ein High-End-Gerät mit vergoldeten Ausgängen, mit einem HDMI-Eingang und für Wohnmobilfahrer natürlich interessant, die jetzt noch zusätzliche Quellen anschließen. Wie die Geräte in den Details aussehen, werde ich euch nochmal im separaten Unboxing zeigen. Für mich ist jetzt nur wichtig, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, schreibt es unten bei YouTube in die Videos rein, denn die kommenden Probefahrten, die wir machen werden, da würde ich dann die Fragen gerne für euch beantworten. Vielen Dank für euren Besuch auf meinem YouTube-Kanal. Euer Kai Stüven. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal.